So, ich habe noch nicht wirklich so eine grobe Vorstellung, wie groß dimensioniert der Spaß werden soll. Aber es soll auf jeden Fall nicht allzu klein werden. So. Okay. Hier. Uiuiui. Was ist denn da hinten? Ach, da sind die Sterne. Okay. Da sind die Sterne. Boah, meine, meine. Rate ist gerade echt im Keller. Na gut, fangen wir an. Ich muss mal das Inventar aufmachen. Ah, okay. Hahaha. Natürlich, ich bin ja im Kreativmodus. Noch ein Vollhonk. Ich brauche gar keine Erde sammeln. Aber ist egal, wir... Nehme jetzt trotzdem erst mal. Äh, wieso mache ich den weg? Ich bin gerade ein bisschen neben der Spur, habe ich so das Gefühl. Na gut, fangen wir hier vielleicht mal an. Da kommt einer hin. Da kommt einer hin. Da kommt einer hin. Da kommt einer hin. Und da kommt einer hin. Dann kommt da einer hin. Da einer hin. Machen wir doch eins. Zwei. Zwei. Dann kommt da wieder einer hin. Dann kommt da wieder einer hin. Wie viele habe ich eigentlich da hinten? Wenn ich das so mache, wird das echt groß. Mache ich das 3 auf 3 auf 3? Eins, zwei, drei. Das würde bedeuten, die beiden kommen wieder weg. Ne, also komm, den Platz haben wir. Das heißt, ich mache hier 5. So. Zack. Zack. Zack, aber dann sollte ich eigentlich das hier ein bisschen großzügiger gestalten. Naja, egal. Zwei. Zwei. Vier. Fünf. Der war falsch. Klick. Dann klick. Komm schon. Ich stelle ich jetzt drauf, deswegen ging das nicht. Da einer hin. Und da einer hin. So. Kommt da wieder einer hin. Da wieder einer. Und dann kommt da einer hin. Und da einer. Da einer. Eins, zwei, drei. Zack. Meint doch hier mal eins, zwei. Ja, das sollte reichen. Kommt wieder da einer hin. Da einer. Ich muss mal gucken einfach. Nicht damit ich mich hier total vertue. Das sind eins, zwei, drei rein. Eins, zwei, drei. Klack. Das heißt, ich müsste jetzt hier genau, genau da gegenüber sein. Und dann kommt da wieder einer hin. Und da einer. Das sind dann zwei, drei, vier. Ja, das war zu weit. Fünf. Passt das? Könnte passen. Okay, dann machen wir doch hier. Eins, zwei. Auf die Höhe will ich schon noch kommen. So, zack, 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 zack. Da einen hin. Naja, egal. Erstmal. Und dann geht es hier weiter. Da weiter. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Fünf. Waren doch fünf, ne? Zack. Zack. Eins, zwei, drei, vier. Ah, fünf. Stimmt das eigentlich? Ne, das stimmt gar nicht. Weil das alles nur einer ist. Okay, ich habe da keine Sachen. Zwei Dinger, sondern nur ein so ein Ding. Okay. Alles halb so wild, das können wir korrigieren. Indem wir quasi hier sagen. Ah, warte mal. Hier muss ich mal gucken. Ist gerade ein bisschen doof, dass es dunkel ist, aber... Da, zack, zack, rüber. Heißt, auf der Ebene noch nicht, aber auf der... Das passt. Aber das hier ist falsch. So, dann ist es doch hier. Zwei, drei, vier. Fünf. Zack. Zack. Zwei, drei, vier. Zwei, fünf. Richtig. Ja, sieht gut aus. Und dann kommt der da hin. So, dann kann ich den Spaß hier weg machen. Der Spaß ist weg. Und den Spaß kann ich auch weg machen. So, so. Dann bin ich doch hier. Gut. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das klappen wird hier. Wie lange wir da brauchen. Und, 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 und. Ich habe keine Vorstellung davon, wie das klappen wird. Wie groß dieses Projekt jetzt eigentlich wirklich werden wird. Ähm. So. Sind wir hier. Zack. Dann sind wir hier. Ist der noch offen? Nee, ist es nicht. Aber eigentlich hätte ich jetzt hier erwartet. Also ich meine, ich habe hier zwei, zwei Blöcke. Oder habe ich drei? Eins, zwei. Ich habe hier zwei Blöcke. Das hätte ich jetzt hier eigentlich auch erwartet. Oder fehlt hier noch einer? So, offensichtlich fehlt hier noch einer. Offensichtlich fehlt hier noch viel. Ah. Ah. Ich honk. Ich honk. Natürlich. So, ich muss hier ja den rein machen. Jetzt geht ja gleich die Sonne wieder auf. Dann sieht man wieder ein bisschen mehr. Das ist sehr schön. Am Ohr hat es gerade ein bisschen gekratzt. So, dann hier. Und hier. Und noch ein. Noch ein? Ja, noch ein. Ja. Jetzt geht die Sonne wieder auf. Und jetzt wird es wieder ein bisschen heller. So, das sieht schon mal gut aus. Und jetzt bin ich gespannt, was passiert, wenn ich den hier mache. Ja. Hm. Okay. Dann war das nicht so toll mit diesem Schnee. Ist jetzt ein bisschen doof. Dann korrigieren wir das. So. Ich denke, als Schneegrund kann ich es trotzdem lassen. Dirt. So, tut mir leid, dass ich den Anfang irgendwie ein bisschen verbockt habe mit diesem ganzen Schnee sammeln. Zumal wir das eh nicht brauchen können. So, die muss ich auf alle Fälle wegmachen. Die untere Reihe mache ich wahrscheinlich auch noch weg. Gegen Ende. Aber jetzt erst mal nicht mehr. So. So. Wie viel Platz gibt es da eigentlich? Ja, das machen wir doch dann so. Genau. So. Und zack. 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 Dummdi-dum-di-dum-di-dum. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt das Optimum. Ich, wie gesagt, ich spiele solche Spiele eigentlich nicht. Bin ich nicht der Typ für. Hat sich mir irgendwie nicht erschlossen, aber... Für die Idee hier wollte ich das jetzt einfach mal machen. Das muss ich dann nachher da wegmachen. So. So, so. So. Und so. Gut. Habe ich dich. Die magische Frage ist noch, ob ich den Spaß auch ein bisschen in die Luft setzen kann. Vermutlich nicht. Und hopp, da komme ich drauf, das ist schön. Bamm. Bamm. Zurück. Bamm. 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 Dumti-Dumti-Dum. Dumti-Dum. Upsa. Das wollte ich nicht. Na hier. Komm. Hey. Da. Genau. So, dann gehe ich doch mal da wieder hin. Zack und zack. Dann laufe ich doch mal da einen Meter zurück. Das sollte ich ja hinkriegen können. Klack, klack, klack. Ach ja. So, dann geht's halt da rüber. Klack, klack. Klack. So. Klack, klack, klack. Ach komm, noch ein Stück. Klack, ja. Und dann geht's da hin. Klack. Und dann geht's hier wieder hoch. Zack. Und dann machen wir das doch mal so. Genau. So. So. So, das können wir von unten dann wieder weg machen. Das brauche ich jetzt eben bloß dafür, dass ich dann nachher da aufs... Ja, warte mal. Das brauche ich doch nur einmal, oder? Genau. Ich brauche das nämlich hier dann so. Und dann kann ich durch... Tja, das ist jetzt die Frage. Kann ich das? Vermutlich nicht. Zack. Na, geht das? Ja, so geht's. Ja, das wird mir vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Und meine Bilderrate, die ist echt so im Keller. Ich weiß gar nicht, ob das sowas bringt. Ich glaube, ich mache das doch lieber anders. Weil so ist es mir einfach angenehmer und sicherer. Das funktioniert einfach viel besser so. Zack. So. Genau, weil dann brauche ich nämlich hier einfach bloß sagen... Da und da. Ja, wobei, so von außen, das geht eigentlich auch fast. Zack. Bin ich schon wieder zu weit... Äh, nicht zu weit, zu nah. Zack. 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 Zack.